Ja, ich freue mich, dass wir hier mit unserem Offenbarungsstudium fortfahren können. Ihr seht das Thema auch schon an der Leinwand. Ein Begriff, der ja eigentlich auch in aller Munde ist, insbesondere der Christen, selbst wenn sie von der Offenbarung keine Ahnung haben, oder insbesondere, wenn sie von der Offenbarung wenig verstehen, ist dieser Begriff des Millenniums. Dass ein tausendjähriges Reich doch immer wieder etwas, was bewegt wird, was Christen unterschiedlichen Meinungen ausgesetzt sind. Und letztendlich braucht man gar nicht darüber zu spekulieren. Denn die Bibel beschreibt diese Zeit sehr genau, sehr detailliert. Und deswegen habe ich diesen Vortrag überschrieben mit dem Thema das Millennium, die letzten tausend Jahre der Erde. Uns führt unser Studium ja in das zwanzigste Kapitel der Offenbarung, in dem diese letzten tausend Jahre der Erde erwähnt werden und beschrieben werden. Und wir werden einige andere Bibelferse heranziehen, die uns deutlich machen, wie diese tausend Jahre aussehen, die den Abschluss dieser Weltgeschichte beschreiben. Wir erinnern uns, auch Petrus sagt, dass diese Welt zu einem Ende kommen wird. Wir können das nachlesen im 2. Petrus, Kapitel 3. Das sind die Verse 10 bis 13. Ich habe mir hier den Vers 10 herausgegriffen. Was heißt hier? Oder wer hat es zur Hand? Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden, mit großem Krachen. Die Elemente aber werden verhitze, schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Die Bibel macht es ganz deutlich. Die Erde wird zu einem Ende kommen. Und es wird kein ewiges Friedensreich sein, sondern wie beschreibt Petrus das Ende? Was ist die Zukunft dieses Planeten, auf den er hinaus, auf den dieser Planet hinsteuern wird? Es ist ein Verbrennen dieser Welt. Die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen. Wir kennen es, wenn Vulkangestein vor Hitze zerschmelzt. Wenn Lava den Hang herunterrutscht und nichts übrig bleibt und alles, was da drauf fällt, fast im gleichen Augenblick verpufft in der Hitze. Aber wenn die Elemente anfangen zu schmelzen, sind ganz andere Elemente dabei. Die Erde wird vergehen. Es wird ein katastrophisches Ereignis sein. Und alle Werke, die da drauf sind, werden verbrennen. Dieser Planet wird aufhören, so zu existieren, wie wir ihn gekannt haben. Er wird verbrennen. Aber bevor dies geschieht, beschreibt die Bibel die letzten tausend Jahre vor diesem Ereignis. Und im Jesaja sagt ja Gott auch deutlich, dass er nicht einfach eine Umgestaltung der Gesellschaft schafft, nicht eines Verbessern, eines Reparierens, eines Lösens der Umweltprobleme und der Naturprobleme, die sich hier darstellen, sondern er sagt im Jesaja 65, Vers 17, nämlich folgendes. Was macht er? Siehe, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der früheren wird man nicht mehr gedenken. Und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. Nachdem die alte Erde verbrannt, ihre Elemente zerschmolzen sind, sagt Gott, und ich schaffe eine neue Erde, einen neuen Himmel. An die alten wird man gar nicht mehr denken müssen. Aber bevor das kommt, davor liegen noch einmal tausend Jahre, die die Bibel beschreibt. Und wir wollen uns diese Beschreibung heute zumindest anfänglich anschauen. Wir erinnern uns vielleicht, wir haben ja Offenbarung 19 gerade gelesen, beim letzten oder vorletzten Sabbat studiert. Und wir waren dabei, haben gesehen, wie Christus als König aller Könige, als Herr aller Herren, als Richter, die über diese Welt wiederkommt, mit dem Schwert in seiner Hand und die Völker richten wird. Und dieses Bild beschrieb doch deutlich die Wiederkunft Jesu und der alles Böse sein Ende finden wird. Und auch das fanden wir deutlich beschrieben unter dem Bild, das dann hier in der Offenbarung ab Vers 17, ab Mark 19, Vers 17 gebraucht wird, wo hier ein Engel noch hinzutritt, der in der Sonne steht und all die Vögel des Himmels beisammen ruft. Und die Geier, die Adler, die Raben und sie einlädt, wozu? Zu einem großen Mahl, zu einem Festmahl für die Raubvögel. Und was gab es denn dazu, Leckeres zu fressen? Fleisch, ja? Das Fleisch der Großen. Von allen Menschen letztendlich, ne? Egal, wir haben ja die katastrophischen Ereignisse der Endzeit beschrieben, was alles untergehen wird, die Inseln verschwinden, die Erdbeben, die Feuersbrünste, Hagel, die Zentner schwer, Asteroiden, Metroiden, die auf diese Erde fallen, kann man darunter gerne sehen. Und dann kann man diesen Satz gerne dranhängen. Und die anderen, die übrig blieben, wurden erwirkt mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd saß und das aus seinem Munde ging. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch satt. Kein schönes Bild, mag man sich nicht besonders vorstellen, aber so beschreibt Gott letztendlich das, was auf dieser Welt übrig bleibt. Ein Raub, ein Fraß der wilden Vögel. Und dann, das waren die Bilder sozusagen, mit denen uns Offenbarung 19 entlassen hat. Und nun ein anderer Blick, den Johannes erhält. Wir lesen jetzt gemeinsam die ersten Verse aus dem Kapitel 20, Vers 1 bis Vers 3. Und vielleicht kann ich die hinteren Bänke bitten, ein Mikrofon mal nach hinten rein. Luther, reich mal das Mikrofon nach hinten. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis verendet würden die tausend Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Ja, vielen Dank. Hier finden wir diese tausend Jahre zum ersten Mal beschrieben. Und sie sind ein Inbegriff der Gefangenschaft, in denen Satan gebunden ist mit Ketten, aus denen er nicht raus kann. Und was kann er nicht? Was tut er sonst gerne? Was hat er seit sechstausend Jahren über diese Menschheitsgeschichte getan? Was war seine intensivste Aktivität? Ramona? Kannst du das Mikrofon kurz nach hinten reichen? Das war seine beständige Arbeit, die Menschen zu verführen, zur Sünde. Ja. Er war Tag und Nacht damit beschäftigt, seinem Leben noch eine Spanne nachzusetzen. Und die Zeit vielleicht noch zu verlängern und möglichst viele Menschen mit in den Ruinen zu ziehen, um seine Schulden zu erleichtern. Und das war sein Treiben Tag und Nacht. Wir kennen das vielleicht, manch ein Rentner kann ein Lied davon singen, wenn er energisch gearbeitet hat, jahrelang einen Beruf mit Elan und Eifer betrieben hat und Hingabe. Und dann ist er aufs Altenteil gesetzt, hat nichts mehr zu tun. Oder die Strafe, die ein Gefangener hat, der draußen sein Leben, auch wenn es ein verbrecherisches Leben war, in Aktivität verbringt und jetzt im Gefängnis nichts mehr zu tun hat. Man mag ihn sich vorstellen, wie ein Löwen im Gefängnis herumzurennen. Diese Untätigkeit. Und er ist verbannt in diesem Abgrund und kann die Menschen nicht mehr verführen. Er kommt nicht mehr an sie heran. Und wir wollen mal sehen, warum. Wo dieser Abgrund ist, wo er gefangen gehalten wird. Der hier versiegelt und verkettet wird. Also wo bleibt Satan? Wo ist sein Gefängnis für diese tausend Jahre? Denn gefangen ist er, eindeutig, mit Ketten gebunden. Aber wo ist dieser Abgrund? Ist das die Hölle? Ein brodelnder Feuersee? Ja, Hartmut? Es ist die zerstörte Erde. Wobei es ja auch immer interessant ist, dass eben das Wort Abyssos für das gleiche verwendet wird am Anfang der Bibel und auf dem Dunkel der Erde. Auf dem Abyssos war es dunkel und leer. Es ist das gleiche nochmal verwendet worden, auch hier an dieser Stelle. Ja, genau, die Bibel erklärt uns ganz genau, wo dieser Abgrund ist. Dieser Begriff Abgrund, der hier im Griechischen mit Abyssos, der tiefe Schlund, erklärt wird, den finden wir noch einmal an einer anderen Stelle. Wenn wir die griechische Bibel, die Septuaginta nehmen, das ist ja eine griechische Übersetzung der Bibel. Dann finden wir genau diesen Begriff, wie Hartmut sagt, im ersten Buch der Bibel beschrieben. Im ersten Mose, wir wollen das mal aufschlagen. Erste Buch Mose, Kapitel 1. Und dort Vers 2. Wer liest da bitte? Das Mikro ist noch ganz hinten? Nee, schade. Und die Erde war wüst und leer und es war finster über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ja. Die Erde war wüst und leer und der Geist, und es war finster auf der Tiefe. Und die Tiefe, das ist der Begriff, der hier verwendet wird, über dem Abgrund. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Hier wird dieser, ups, nicht so weit, der Begriff Abgrund verwendet. Und die Tiefe. Und wie beschreibt die Erde, die Bibel, diesen Abgrund? Er sagt, die Erde, sie war wüst und leer, so benutzt es Luther. Ja. Und finster und dunkel. Ja. Wüst und leer. Könnt ihr diese Worte lesen? Tohu? 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 Ein Tohu? Wabo? Das kennen wir als Deutsche als Sprichwort. Woher kommt das? Es ist, welche Sprache? Jiddisch. Das Jiddische. Also das, das eingedeutschte Jüdisch, das Jiddisch sagt, ein Tohu Wabo ist was? Wenn du in dein Zimmer kommst, von deinem Kind und sagst, das ist ein totales Tohu Wabo. Was beschreibst du da? Chaos, ne? Da liegt die Hose da, da liegt das andere da drauf, da liegt das Essen von gestern, da liegt die Schulsachen drauf und ein richtiges Tohu Wabo, weil man nicht treten kann. Ein Chaos. Eine Wüste. Wüst und leer. Genau so wird die Erde beschrieben, ne? Sie ist noch etwas Ungeordnetes. Unordnung ist ein anderer Begriff, ne? Ein ungeordnetes Etwas. Wasser ist da drauf und da ist noch nichts. Es ist finster und dunkel. Und das ist ein Abgrund. Eine unendliche Tiefe. Ein bodenloser Abgrund sozusagen. Das ist eine Beschreibung der ungeschaffenen Erde. Als Gott diesen Klumpenmaterial anfängt zu gestalten. Als sein Schöpfungswerk für diesen Planeten beginnt. Ein Tohu Wabo. Ein Abgrund. Und genauso beschreibt die Bibel auch das. Die Gesellschaft ist verschwunden. Was haben wir gesehen? Vorher beschrieben. Was war mit den Menschen? Als Christus, als König aller Könige und Herr aller Herren auf diese Erde zurückkehrte. Und der Engel in der Sonne die Vögel des Himmels zum Festmahl einlädt. Die Bibel macht deutlich, dass es mit dem Beginn der tausend Jahre nicht ein glorreiches, friedensreich ist, in dem alle unsere Probleme gelöst sind. Die Umweltprobleme, die gesellschaftlichen Probleme, das Miteinander an den Menschen. Das wird ja nicht auf einmal gelöst, sondern die Menschen kommen zu einem Ende. Wenn wir zum Beispiel Offenbarung Kapitel 6 aufschlagen, Vers 12 und 13. Auch da haben wir ja die Wiederkunft Christi schon beschrieben gefunden. Und Hartmut, hast du das Mikro noch hier vorne? Ne, Lothar, kannst du es wieder einmal nach hinten reden? So in die letzte Reihe. Offenbarung Kapitel 6, fangen wir mit Vers 12 an. Ihr könnt es von der Tafel ablesen. Dann können... Da steht das da. Es geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge. Und sprachen zu den Bergen und Felsen, fährt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Das ist kommender große Tag des ihres Zorns und wer kann bestehen? Ja. Die Wünsche dieser Menschen werden erfüllt werden. In diesem Erdbeben, wenn all die Berge aus den Fugen geraten, wenn die Inseln verschwinden, die Berge aus ihren Fugen gerissen werden, wenn Christus wiederkommt, ist das der Schrecken, den die Menschen erleben werden. Und ein anderer Bibelfers ist 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Merkopp, magst du gleich lesen? Also das wichtigste Instrument wäre jetzt, das Mikrofon zu lesen. Na, im Zweifelsfall steht es ja vorne dran. Und dann wird der Böse offenbar werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Was wird Christus machen mit dem Gottlosen? Wir haben das Schwert, das aus seinem Munde geht, auch in der Offenbarung wiedergefunden. Er wird ihn umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Ihm ein Ende machen, auslöschen bei seiner Erscheinung. Die Gottlosen werden vergehen. Oder Jesus selbst beschreibt das ganz deutlich. Wenn er die Endzeit beschreibt und sie vergleicht mit der Zeit, wie sie zu Noahs Tagen war. Wir wollen aufschlagen, Lukas Kapitel 17, Vers 26. Und dort können wir bis Vers 30 lesen. Rebecca, magst du denn? Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten. Bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Also was war das Ergebnis? Kurze Zäsur. Das Ergebnis der Sintflut sagt, und das brachte sie alle um. Das heißt, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes, wenn er wiederkommen wird. Wie in den Tagen Noahs. Oder der nächste Vergleich, den Jesus ab Vers 28 zieht. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Loths. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn ein Menschensohn wird offenbar werden. Ja, dankeschön. Das ist das Bild, was uns die Offenbarung gezeichnet hat. Waren das eigentlich so symbolische Ereignisse? Oder waren das buchstäbliche Geschehnisse? War das buchstäblich, dass alle umkamen? Ja. Und so buchstäblich wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommt und erscheint. Wir erinnern uns ja an dieses Bild der Vögel. Und auch Jeremia greift das auf. Wir lesen mal Jeremia 25, Vers 33. Und es werden an jenem Tage die Erschlagenen des Herrnes darliegen, von einem Ende der Erde bis zu dem anderen Ende. Sie werden nicht beklagt, nicht gesammelt und nicht begraben werden. Zur Dünger auf dem Lande sollen sie werden. Ja. Kein schöner Anblick, keine schöne Vorstellung, kein schönes Bild, was jetzt die Bibel hier zeichnet. Warum werden sie nicht beklagt, noch aufgehoben, noch begraben? Ja, Willi? Ja, weil wir aus der Schrift wissen, dass keiner da sein wird. Es ist keiner mehr da. Das Festmahl dieser Vögel hat begonnen. Und das sind die Einzelnen, die sich darüber freuen. Wenn auch nicht für lange. Die Menschen werden aufgehört haben zu existieren. Und so beschreibt Jeremia an einer anderen Stelle, was er danach sieht. Als er nach diesen Ereignissen in diese Zeit der tausend Jahre blickt. Jeremia 4, Vers 23 bis 26. Und ich lese das mal auch im Takt hier der Leinwand vor. Und ich schaue die Erde an und siehe, sie war wüst und leer. Und ich sah und siehe, da war kein Mensch mehr. Und alle Vögel unter dem Himmel, die waren weggeflogen. Und ich sah und siehe, das Gefilde, die herrlichen Gefilde, waren eine Wüste. Und alle Städte darin waren zerbrochen vor dem Herrn und vor seinem grimmigen Zorn. Und ich sah die Berge an und siehe, sie bebten und alle Hügel erzitterten. Das ist die Beschreibung Jeremias, als er in diese Zeit blickt. Wir sehen alle Bilder und alle Dinge, die wir vorher betrachtet haben, wieder. Die Erde, wüst und leer. Im Tovabu, der Abgrund ist geöffnet. Und wir sind kein Mensch mehr. Auch inzwischen sind die Vögel unter dem Himmel alle weggeflogen, weil es ist alles aufgegessen. Das Mal ist beendet. Die Städte da drin, sie sind zerbrochen, verwüstet vor dem grimmigen Zorn Gottes. Und ich sah die Berge an. Die bebten noch nach in ihren Grundfesten. Wir kennen das ja nach großen Erdbeben, hat man oftmals Nachbeben. Das hören wir jetzt in den Nachrichten immer wieder. Die Erde bebt nach. Als Jeremia auf diese verlassene, verwüstete Erde blickt. Finster, wie am Anfang. Die Städte sind zerbrochen. Und verwüstet. Zu der Zeit wird der Herr das Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Dass sie gesammelt werden, als Gefangene in die Grube, verschlossen werden im Kerker und nach langer Zeit wieder heimgesucht werden. Das ist das Bild, was auch Jesaja zeichnet. Was auch Johannes in der Offenbarung gezeigt wird. Gebunden, im Abgrund, verschlossen, um nach langer Zeit, nach tausend Jahren wieder losgelassen zu werden. Das sind die Weissagungen der Bibel. Und da ist Satan tausend Jahre gebunden im Abgrund dieses Planeten. Das Ergebnis seines Regierungsbestrebens. Seines Schaltens und Waltens. Eine Erde, ein Planet, der das Paradies Gottes war. Der herrlicher sein konnte als nichts anderes. Als der aus der Hand Gottes hervorging. Die Morgensterne miteinander jauchzen und die Schöpfungsmacht Gottes priesen. Und die hatten schon einiges gesehen an der Schöpfungsmacht Gottes. Aber was ist von diesem Planeten übrig? Ein Abgrund. Eine Wüste. Zerbrochene Städte. Finsternis. Und er hat tausend Jahre Zeit. Und er ist gebunden. Er kann niemanden verführen. Sie sind aus seiner Reichweite entrissen. Nicht in Glückseligkeit. Sondern im Tod. Auch gefangen. Bis auf eine kleine Zeit. So wird er in den Abgrund geworfen. Ein Siegel obendrauf. Für tausend Jahre ist diese zerstörte Erde. Sein Heim. Wie sie es sechstausend Jahre schon war. Aber wie hat sie sich gewandelt? In einen Abgrund. Der ihn nicht mehr loslässt. Aus dem er nicht entkommen kann. Aber tausend Jahre lang geht es nicht nur um diesen Planeten. Wenn wir Offenbarung 20 weiterlesen, da würde ich euch nochmal bitten, wieder in die Offenbarung zu blättern. Offenbarung 20, Vers 4. Von diesem wüsten Planeten wird der düster Finsternis ist, an dem das Mal der Vögel beendet ist. Und Satan hier umher wandert, über diese zerbrochene Erde, wird der Blick von Johannes weggelenkt. Und wir lesen Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Drohne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen. Und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild. Und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihrer Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre. Der Blick geht weg von dem Gefangenen hin zu einem anderen Bild. Und er sah Drohne und sie saßen drauf. Wer saß denn da drauf? Wer sind die Sie? Er beschreibt es ja gleich, ne? Er hat sie vorher schon gesehen ein paar Mal. Und jetzt sieht er sie auf den Thronen. Und das sind diejenigen, die? Die Seelen derer, die um das Zeugnis Jesus, um das Wort Gottes willen, enthauptet wurden. Die Märtyrer, die wir schon vorher in der Offenbarung gesehen haben. Die unter dem, wisst ihr noch, das Bild von dem Altar, wo die Seelen drunter waren und sagen, Gott, wie lange noch? Und da sagt Johannes, und da sehe ich sie, da sitzen sie auf dem Thron. Und die, die das Tier nicht angebetet hatten, den Endzeitkonflikt, den Johannes noch gerade so miterlebt hat. Und in all seinen Schaulichkeiten, da sind sie, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild oder das Mahlzeichen nicht angenommen hatten, weder in ihrer Stirn, weder mit Überzeugung, noch als Opportunisten einfach nur mitgemacht haben, an ihrer Hand. Und sie lebten wieder und herrschten mit Christus tausend Jahre. Und auch diese Auferstehung, wo sie herkommen, wie sie dahin kommen auf die Throne, beschreibt die Offenbarung. Gleich in den nächsten Versen, Kapitel 20, Vers 5 und 6. Das Mikrofon ist doch bestimmt noch da hinten. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre verendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein. Und mit ihm regieren tausend Jahre. Die ersten, die wurden wieder lebendig und wurden auf die Throne gesetzt. Die anderen Toten aber, wer ist denn das? Die Ungläubigen, die wir gerade gesehen haben, wie sie bei der Wiederkunft Christi dahin geschlachtet werden. Wie nichts von ihnen übrig bleibt. Die wurden nicht wieder lebendig. Wie lange nicht? Bis die tausend Jahre vollendet sind. Auf der Erde ist kein lebendiger Mensch mehr, hat Jeremia deutlich beschrieben. Da hat er nichts mehr gesehen. Und die Gottlosen sind vertilgt. Und die Gläubigen sind in den Himmel. Entrückt. Da ist nichts mehr auf diesem Planeten. Also die, die da oben sitzen, die auf dem Thron sind, die sind da hingekommen mit der, das ist die erste Auferstehung. So beschreibt sie Johannes. Seliges, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihnen regieren tausend Jahre. Wenn Christus wiederkommt, werden nicht nur alles Böse auf dieser Welt ausgelöscht werden. Nicht nur das Tier, der Antichrist, der falsche Prophet, der abgefallene Protestantismus, das Bild des Tieres. Nicht all das wird nur vernichtet und die Anhänger dessen. Sondern es geschieht noch mehr. Das finden wir im zweiten Petrus Kapitel 3. Ups, ja warte mal, das ist das falsche Zitat. Das ist das zweite Thessalonicher Kapitel 4. Erste Thessalonicher 4. Ab Vers 16. Zweite Thessalonicher 4, Vers 16. Erste Thessalonicher. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft und werden so sein bei dem Herrn alle Zeit. Ja, so kommen sie dahin, auf diese Throne. Das ist die erste Auferstehung. Die Wiederkunft Christi, das was für die einen ein Schreckgespenst ist, das Schlimmste was ihnen passieren kann und ihnen letztendlich das Ende bereitet, ist für die anderen die Erlösung. Die rufen sie, das ist unser Gott, auf den wir geharrt und gehofft haben. Und nun sitzen sie dort auf dem Thron und es ist auch nichts Ungewöhnliches, denn die Bibel hat vorhergesagt, dass sie dort auf diesem Throne sitzen werden und herrschen. Dieses Begriff herrschen, beinhaltet nicht nur einfach regieren, schalten und walten über eine abgefackelte Erde, über einen verruinierten Planeten, sondern sie sitzen auf Richtstühlen. Wir wollen mal lesen, 1. Korinther 6, Vers 1-3. Wie darf jemand unter euch, so er einen Handel hat mit einem anderen, hadern vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Sondern die Welt soll von euch gerichtet werden. Seid ihr denn nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisset ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Wie viel mehr über die zeitlichen Güter? Ja, Paulus macht ja, kriegt ihr die Sachen auf der Welt, nicht mal auf die Reihe, nicht mal die Uneinigkeiten unter euch. Wisst ihr nicht, was unsere Berufung ist? Die Welt soll gerichtet werden. Und nicht nur die Menschen, sondern die Engel. Auch die sollen gerichtet werden. Von wem? Von dir und mir. Wenn wir zu denen gehören, die überwinden. Oder auch im Daniel, schon im alten Testament wird dieses Bild aufgegriffen und uns das mit auf den Weg gegeben. Daniel 7, Vers 21 und 22, wieder die letzte Reihe bitte. Lies von hier vorne ab. Ich sah, wie dieses Hornkrieg wieder die Heiligen führte und sie besiegte, bis der Alte an Tagen kam und das Gericht den Heiligen der höchsten Örter gegeben wurde. Und die Zeit kam, da die Heiligen das Reich in Besitztum nahmen. Also was, er sieht das Hornkrieg führen, wir sehen den Endzeitkonflikt, den Streit, der Antichrist unter dem Bild und wem wurde das Gericht übergeben letztendlich? Den Heiligen, ne? Und das ist ein Begriff, den die Bibel immer wieder für die Kinder Gottes anwendet. Vielleicht noch einmal aus dem Neuen Testament, 2. Petrus 2, Vers 4. Und hier sieht Petrus das schon voraus. Ja, bitte. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgenommen werden. Ja, genau. Also das sind die Engel, über die hier gerichtet wird. Die Engel, die ihr anvertrautes Gut nicht behalten haben, die gesündigt haben, die gefallen sind. Sie sind gebunden mit Ketten der Finsternis. Bis der Tag des Gerichtes kommt. Bis das Gericht gehalten wird. Wenn die Heiligen dort auf diesem Thron sitzen. Während der tausend Jahre, in der diese Erde eine Wüste ist, fast im ursprünglichen Zustand. Noch schlimmer eigentlich, ne? Nicht nur eine gestaltlose Masse an Materie, sondern ein völlig verwüsteter, zerstörter Planet, in dem die Städte zerstört sind. Die Nachbeben noch über die Erde hallen. Das ist das Gefängnis, wo sie bis zum Gericht aufbewahrt werden. Ja, noch einmal Judas. Die Bibel ist ja relativ deutlich da. Also es gibt ja so manche Sachen, wo man sagt, das muss man erstmal deuten. Aber da ist die Bibel wirklich Klartext. Wenn wir sie nur beim Wort nehmen. Letzte Reihe bitte wieder. Judas 1, Vers 6. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis bewahrt hat. Ja, ne? Dieser Abgrund in Finsternis ist auch hier noch einmal das Bild, wie sie in Fesseln bewahrt werden, um bei dem Gericht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Ja, ne? Und das ist das gerechte Gericht. Denn es wird allen Menschen deutlich werden, was wir in Offenbarung 15 schon als Jubel oder als Anerkennung gesehen haben. Wenn es heißt, Offenbarung 15, Vers 3 bis 4 und sie sagen das Lied des Moses, die Erlösten und das Knecht des Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke. Herr Gott allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Du König der Völker. Wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, Herr? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir. Denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Wir Menschen, wenn wir über diese Welt blicken und die ein oder anderen Gerichte sehen, da sind Katastrophen, die dort passieren, Unglücke dort, Menschen, die zugrunde gereden, kleine Kinder, die umkommen, gute Menschen offensichtlich, die das Leben verlieren, böse Menschen, die scheinbar auf dieser Welt vorankommen. Und doch, letztendlich werden die Menschen dahin gebracht werden, zu sagen, Gott, alle deine Wege sind gerecht. Du hast in jedem einzelnen Fall genau richtig gehandelt. Und dein Urteil, die Menschen auszulöschen, zu vernichten, diejenigen nicht mit in den Himmel zu nehmen, sondern sterben zu lassen, ist gerecht. Dazu müssen auch wir gebracht werden, das zu begreifen und zu verstehen. Und deswegen sitzt das Gericht dort zusammen. Und Gott nimmt sich dafür Zeit. Ich meine, wir werden tausend Jahre lang nicht nur das machen. Da gibt es viel andere, viel schönere Dinge zu tun. Wir sind ja auch nicht nur von morgens bis abends auf der Arbeit. Aber trotzdem wird sich Gott Zeit nehmen, jede einzelne Facette des Lebens zu alerten und sagen, deswegen konnte ich nicht. Und schau, wie ich da gewirkt habe, wie ich gezogen habe, was mein Herz da geblutet hat, um zu helfen und zu retten. Und wie oft muss Jesus sagen, wie er es über Jerusalem sagte, wie habe ich versucht, an den Händen ihre Kükeln unter meinen Flügeln zu verbergen, aber ihr habt nicht gewollt. Und das wird deutlich werden. Ja, das ist die erste Auferstehung der Gerechten, der Geretteten. Über die hat der zweite Tod keine Macht. Hat der Tod Macht über die Gerechten? Ja, ja, schüttel nicht den Kopf. Was ist das Schicksal der meisten Gläubigen? Wie? Alle Ungläubigen? Sie werden einmal sterben. Aber da sagt Jesus, macht euch keine Bange, das ist nur ein Schlaf. Lazarus, der schläft doch nur. Für Lazarus war das wie ein Schlaf, der hat nichts mitbekommen von den drei Tagen im Grab. Da waren die alle sehr scharf darauf, deswegen hat er so große Menge versammelt. Was hat der zu erzählen über die Tage da, als er da tot war? Über das Totenreich? Nichts, kein Wort, keine Silbe. Weil er sagt, war dunkel, nichts habe ich mitgekriegt. Ich bin eingeschlafen und dann habe ich Jesu Ruf gehört. Und dann bin ich aufgestanden, gewundert, dass ich nicht so richtig laufen kann und stand in dieser Höhle. Er hat nichts von den drei Tagen mitbekommen. Wo ist schön Roch? Aber der zweite Tod, das ist kein Schlaf, wo man schön hineingewiegt wird. Über den, über diesen, dieser Tod hat, über diese Gläubigen, die da auferstanden sind, keine Macht mehr. Ups, ich hätte zurückgesprungen, verzeihung. Auch Jesus sagt das, ganz deutlich, dass es eine weitere Auferstehung geben wird. Da gibt es nicht nur die Auferstehung der Gerechten. Wir lesen Johannes 5, Vers 28 und 29. Letzte Reihe bitte wieder. Wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ja, danke schön. Da ist die Auferstehung des Lebens, Johannes sagt, das ist die erste Auferstehung. Und dann gibt es noch eine Auferstehung des Gerichts. Das sind die, über die der zweite Tod herrschen wird. Aber das wollen wir später betrachten. Wir wollen hier vielleicht eine Zäsur setzen und bei der Auferstehung des Lebens, bei der ersten Auferstehung verweilen. Denn wenn diese Gerechten dort sitzen, ist Jesu hohes priesterliches Gebet von seinem Vater erhört worden. Jesus hat gebetet vor 2000 Jahren und er hat geduldig gewartet und dahin gewirkt, dass sein Vater dieses Gebet erhört. Denn was hat er gebetet? Johannes 17, Vers 24. Wer liest das bitte? Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe denn der Welt gründ, ehe denn die Welt gegründet ward. Ja. Was ist Jesu größte Sehnsucht? Vater, ich will, dass die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Wie lange hat Jesus auf die Erhöhung dieses Gebetes warten müssen? 2000 Jahre, ne? Wir müssen auch manchmal auf die Erhöhung unserer Gebete warten. Geduldig warten. Vielleicht dahingehend wirken. Im Gehorsam Gottes Wege gehen. Wird er Versagen darin? Er wird immer das Gebet beantworten. Auch wenn es heißt, geduldig zu warten. Dieses Gebet ist jetzt erfüllt. Und auch dieses Versprechen, diese Verheisung Jesu, die er in Offenbarung 3, Vers 21 der letzten endzeitlichen Gemeinde gibt. wird erfüllt sein. Wer liest Offenbarung 3, Vers 21? Letzte Reihe wieder, bitte. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Ja. So wie Jesus sich auf seinen Thron setzt. mit meinem Vater auf den Thron gesetzt hat. So wird er auch uns auf seinen Thron setzen. Und mit uns, was heißt denn das, auf seinen Thron setzen? Es gibt ja nicht um ein Sitzplatzproblem. Sondern es geht darum, dass wir die gleiche Position in einem bestimmten Bereich Nicht werden wir die Herrscher des Universums sein. Aber wir werden auf dem Richterstuhl mitsitzen. Wie wir es da beschrieben haben. Dieses ist erfüllt. Oder wird erfüllt werden. Auch diese tröstliche Weissagung aus Jesaja 54, Vers 15 und 17. Vielleicht auch die rechte letzte Reihe mal. Siehe, wenn man kämpft, dann kommt es nicht von mir. Wer gegen dich streitet, wird im Kampf gegen dich fallen. Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Ja. Wie oft haben die Gläubigen vor Gericht gestanden, sind zu Unrecht verleumdet, verklagt, verurteilt und gerichtet worden als der Abschaum dieser Welt. Aber es kommt die Zeit, wo man sagt, jede Zunge, die vor Gericht vor dir aufstirnt, wirst du im eigentlichen Gericht schuldig sprechen. Keiner Waffe soll es wieder dich gelingen. Wer sich um dich, gegen dich rottet, der wird um deinen Willen umkommen. Hier erfüllt sich das in seiner weitesten Fassung und sagt, das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir aus, sagt Gott. Hier wird jede verunglimpfte Ehre, jede Verleumdung wieder ins rechte Licht gestellt werden. Jeder zerstörte und ruinierte Ruf wird wieder auf die Leuchter gestellt werden. Der Charakter wird so dastehen, nicht wie ihn die Welt sieht, sondern wie ihn Gott sieht, wie ihn der Herrscher des Universums sieht, wie es das ganze Universum gesehen hat. Er wird gerechtfertigt werden und sie werden teilhaben an dem Gericht. Den schuldig sprechen, der sie im Gericht verurteilte. So wie es bei Jesus ist. Jesus war einst im Gericht, stand er davor und war der Angeklagte der Verhöhnte. Eines Tages werden seine Richter vor ihm als Richter stehen. Und genauso wird es auch den Gläubigen ergehen. Auch sie werden das erleben, dass sie eines Tages denjenigen als Richter gegenübergestellt werden oder zumindest als Mitrichter, als Chefe, wie man es auch bezeichnen mag, die sie auf dieser Erde verklagt, verhöhnt, verleumdet, letztendlich verurteilt oder vielleicht sogar umgebracht haben. Einen letzten Vers dazu aus Psalm 149, Verse 4 bis 9. Denn der Herr hat wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Sanftmütigen mit Rettung und es sollen jubeln die Frommen in Herrlichkeit jauchzen auf ihren Lagern. Denn Lobeserhebungen Gottes seien auf ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Um Rache zu üben an den Nationen, Bestrafung an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edeln mit eisernen Fesseln. An ihnen auszuüben das geschriebene Gericht das ist die Ehre aller seiner Frommen lobt den Herrn. Viele verdrehen diesen Text, schaffen sich jetzt schon Waffen an, ein Lager, um eines Tages Gericht über diese Welt zu üben, die Gottlosen zu bestrafen. Das ist damit nicht gemeint. Dieses Gericht findet statt, wenn kein Leben auf dieser Welt mehr existiert, außer Satans und seiner Engel, die über die Welt noch wandeln, die hier gebunden sind in ihrem Gefängnis, diesem Abgrund. Das ist die erste Auferstehung. Das ist ein Teil der Aufgaben der Erlösten. Wir machen uns manchmal Forschung, was macht man in der Himmel? Auf Wolke sitzen, Harfe spielen? Nein, nein, nein. Das Leben ist voll Aufgaben. Eine Aufgabe ist diese. Das ist nicht die schönste aller Aufgaben, mit Sicherheit nicht, zu Gericht zu sitzen. Aber es ist ein Teil. Und ein ganz wirklicher, reeller Teil, wo man zu bestimmten Stunden zusammenkommt, sich zusammensetzt und letztendlich Fall für Fall der Menschheit prüft, der Engel prüft, um letztendlich zu dem Urteil zu kommen, zu dem das ganze Universum gekommen ist. Müssen auch wir Menschen mit unserem bisher begrenzten Sichtvermögen, denn wir, können wir das Herz unseres Nachbarn lesen? Wissen wir die Motive der Menschen? Nein. Aber Gott wird uns alles erklären, warum das so oder so gelaufen ist, warum man den rettet, den ich retten konnte. Und das Urteil wird lauten, gerecht bist du Gott, in jedem einzelnen Fall, liebevoll, geduldig, bis in die Tiefen des Meeres, aber auch gerecht, wenn du dem Ganzen ein Ende gesetzt hast. Und mögen wir da einen Teil haben. Möge das die erste Auferstehung sein, mögen wir zu denen gehören, auf die der Blick des Johannes dort gerichtet ist. Und das sind die tausend Jahre. Die tausend Jahre haben auch ein Ende. Das wollen wir beim nächsten Mal betrachten, wie diese tausend Jahre zu Ende gehen. Aber lasst uns diesen Ausblick halten, auf diese erste Auferstehung, auf unter denen zu gehören, und über die der zweite Tod keine Macht mehr hat. Der erste Tod hat uns mitunter noch im Griff. Das wird ein oder andere von uns erfahren. Aber er kann sagen, ich lege mich zu schlafen, dass ich aufgeweckt werde. Und er wird uns nicht der Wecker am nächsten Morgen klingeln, da wird nicht die Ehefrau an deiner Schulter schütteln oder sonst etwas, da wird es die Stimme des Heilandes sein, die du an deinem Ohr trägst, wie ein Lazarus Ohr. Du wirst wach werden. Und du wirst die Herrlichkeit sehen. Du wirst vielleicht erschrocken sein über das, was um dich herum ist. Aber du wirst ein Teil haben an diesen tausend Jahren, nicht auf diesem Planeten, nicht in der Finsternis, sondern in der Stadt Gottes. Und möge Gott geben, dass wir dieses Ziel vor Augen haben. Dass dies uns Wirklichkeit, Realität wird. können von den Dingen, die uns der Teufel vorgaukelt, die uns hier angeblich so wichtig und unbedingt erlangbar sind. Es geht nicht darum, eine Meinung zu haben, mit einer Theorie übereinzustimmen, die Sache so oder so zu sehen. Es geht darum, zu entscheiden, wie sieht deine Zukunft aus. Und deine Zukunft nicht nur für die nächsten zwei, drei Jahre, nicht für deine irdische Karriere, für welchen Job du greifst, sondern wo du tausend Jahre lang verbringen wirst. Im Gefängnis oder auf dem Richterstuhl. Wenn wir heute auf der Erde eine Wahl hätten, wo würdest du lieber sein? Im Gefängnis oder auf dem Richterstuhl? Fällt uns leicht, die Entscheidung hier zu treffen, ne? Fällt uns die Entscheidung für wirkliche tausend Jahre auch so leicht? Wir nehmen das alles als Geschichten hin. Aber diese Welt kommt zu einem Ende. Dieser Planet wird aufhören zu existieren, wie du ihn kennst. Diese Elemente werden da hinschmelzen, diese Städte, wie du sie kennst, die so erstrebenswert sind, die so viel Freude und Vergnügen bieten, werden vergehen. Und der Blick, Jesajas blickte über die Erde und da war kein Mensch mehr. Dunkel, finsternes, nachbeben. Aber Gott hat etwas Besseres vor für uns. Blick heute Abend auf den Himmel. letzte Nacht war wunderschön klar. Schau dir die Sterne an. Das sind bloß die nächsten Planeten um uns herum. Gott sagt, die will ich dir schenken. Das ganze Universum will ich dir öffnen. Die Fantasien über Science Fiction zu den Sternen zu fliegen, die Träume der Astronomen, die Herrlichkeiten, die sie jetzt durch Teleskope zu sehen, da schicke ich dich hin. Das ist ein anderer Teil, die noch in den tausend Jahren stattfinden wird. Du wirst die Planeten besuchen können. Von denen sie heute so kleine Pünktchen nur auf ihren Teleskopen sehen. Exoplaneten, Planeten, die um andere Sonnen kreisen, die verschiedene Monde haben. Planeten, die um zwei Sonnen kreisen, Planeten, die um drei Sonnen kreisen. Da hast du was zu erforschen, da gibt es was zu bestaunen. Tausend Jahre lang mindestens. Wollen wir unser Leben doch nicht so billig verkaufen? Für ein Apel und ein Ei? Ewiges Leben hingeben? Lasst euch deutlich machen, das ist Wirklichkeit. Und diese Welt, das Vergnügen dieser Welt ist zum größten Teils Schein und Trug, der vielleicht paar Wochen, paar Tage, paar Jahre hält und letztendlich nur noch übrig lässt in eurem Leben, was die Erde übrig lässt. Ein Abgrund, einen dunklen, finstern Abgrund. Schaut an die Sterne, greift nach den Sternen, denn Gott bietet sich euch an. Mögen wir die richtige Entscheidung Tag für Tag treffen. Amen. Amen. gehen. Wenn ich Vielen Dank.